Wie wir sehen können, die vor einem Jahr bewegt sich und bittet um Nähe von Uncle Sam, Hände schüttelnd, ist der Diktator Vorbereitung des Terrens für die Wiederwahl und das Leck-Unternehmensfragenschutz. Da Millionen von Leck ergehen, die neue Kälter-Kabez, zu ignorieren echte Probleme und unter Druck zu kümmern, wie ein Quadratmeter Hinterhof. Statt dies ist die Lobliebe USA, wie zum Beispiel nehmen, ist World wirklich große menschliche Reise um den Planeten zu Fuß über mehrere tausend Jahre, dann haben sie wie ein armer Ort, denn sie produzieren nichts. Nur die Technik, wie Japan, sondern ist ein winziger Ort, sehr klein, verglichen mit Japan, aber sie versuchen darauf zu bestehen, um Probleme zu exportieren, um die Aufmerksamkeit von der, nur Anspruch-Kabez, Wie sie ein schönes Haus und alle Zeit eine Ameise aus dem Hafen, Ameisenhaufen, ist bei ihnen zu Hause die Eingabe zu leisten, wie zu Fuß nach Aufmerksamkeit verlangt. Zu gleicher Zeit haben wir echte Gefahren vor Ort, um kriminelle Süden, Idioten im Norden, Westen, Einbrecher an, eine problematische Situation, aber das Staudamm Ameise, selbst wenn sie den Kühlschrank öffnen zu sein, scheint nicht in der Lage, durch sie selbst zu essen. Als ich ein Kind war, ich ein paar nette Sachen, Ameisenhaufen-Probleme in den Winterhof, zu lösen, kochendes Wasser, hatte Judotkopf in dem Wasser und der Ameisenhaufen verschwindet, sehr einfach. Das ist das Problem an einem Ortleben, das gewaschen werden kann um zwei, drei Atombomben und versuche ein Schmerz im Arsch aller Zeiten. Die Entlösung, kochendes Wasser über eine böse Ameisenhaufen, dies war die letzte 40 Dekade der Weltgeschichte, aufeinanderfolgende Einflüsse, die eine Menge ekelhaft auf der ganzen Welt verursacht und die Orte, die wirkliche Notwendigkeit, Intervention vergessen wurden. Das ist die Parodie der großen Familie und die älteren Söhne. Sie sind immer da in der Chefau. So sind sie immer daran denken. Zuerst mehr Geld erhalten, neue Dinge die ganze Zeit, mit dies erzeugen sie eine Auseinandersetzung, die immer beendet schlecht. Auch ich war die Überprüfung an der Stelle und erinnere mich an einen Anwendungsfall. Der gefällt mir nicht. Die Vorschläge der Worten zu suchen, das dem Pferd immer wieder auf eine Richtung, ist es zwei verschiedene Szenarien, die sie füllen, ein Formular mit Namen, Telefon und das übliche Blablabla, und sie zu einigen Suchen machen zu gehen. Dies war wohl der Grund der Zerfallaufsuche oder Interesse, weil es eine unglaubliche Eignung zu solchen Anwendungsfallkraft, wie und wie in der F-Geschichte. So stand das U-Schiffen, beginnen zu ändern. Sie textfahren sie alle Zeit um die vorgeschlagene Richtung, Vorhersage des Unrechenbaren, weil es mit dem Wunsch der Mehrheit arbeiten. Aber wir werden daran erinnern, folgenden kollektiven Selbstmordbohls, diesen Abgrund, wo die Tieren gucken auf den Tod für das Vergnügen der Krokodile, eine Reihe von Vorschlägen, die nicht die Notwendigkeit laufen, und infizieren, welche die Kondensen, für Freie, die das geben ohne Aufwand für den Anwender, wo die Mehrheit. Aber Mehrheit ist das Prinzip der Armut. Befindet sich mehrheitlich etwas Gutes? Wenn, warum die große Seite der sozialen Pyramide auf die armen Klassen liegt?